hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dark and light die these freut sich die kali macht irgendeine scheiße und ich brauche weiter neben mir stehen ich brauche weiter und ich habe jetzt auch ein ziel vor augen ihr lieben endlich ist es soweit es hat geklappt sie hatten sie ich habe ein ziel ein wunderbares total ab nämlich das ja dass das ist warum also wir werden uns um eine küche kümmern eine große küche eine gigantische küche eine hightech küche eine mit allen drum und schnickzack scheiß mit mit für kleine menschen so wie die es auch wohl so was und bist du auf einmal wieder so leise hast du irgendwas mit der mikro gemacht nein ich musste atmen sorry so besser aber dann puste ich vielleicht rein hast du es mit gekriegt habe ich gepustet ja aber volles kanonenrohr geil ist ja bald weihnachten ich hab die schon was ihr kauft du und meis nein ich muss hier lang mal ich glaube die tiere saufen will mir was geben aber ich kann jetzt nicht verdammte wieso kannst du mir nichts geben was du hast mich schon mehr hast du nicht was mir denke er mich mit mit wem redest du denn gerade mit der was soll ich machen mich beschenken nee das einzige was du bekommst sind folianten ja leichten nektüre was für folianten ach ja das waren ja acht scheiße lass uns nicht darüber reden wo ist doch die tesi jetzt wo man es weiß ist es doch eigentlich spürt endlich das wird heutzutage nicht mehr in den schulen unterrichtet was folianten sind also ja jetzt die wörter sterben aus das sind aussterbende wörter seht ihr nein fast bist du geplumpst ich brauche stock stock ja nein der schrank ist leer ich hoffe dass die tesi bald mal wieder nachschub irgendwann holt komm wir machen noch weiterhin ziel links aber ich glaube warte mal ach ja ich bin so glücklich nein falscher schrank nein wer so nach mir brüht nein einfach nur nein nein wie wunderbar was nein jetzt kommt schon wieder so kino mann nein so lichtgeschwindigkeit er hat die schränke gezählt ich nicht wer zählt denn schon schränke da hier muss man schränke zählen ich glaube hier war auch dasselbe drin nur rotze hier drin ja wir schon reingeguckt mein gott wieso sagt mir das keiner wieso ist denn hier wo ist denn hier wo ist denn hier wo ist denn was ist denn hier ich glaube besonders hübsch wird das haus nicht ist einfach du sagst du sagst das ok ok kacke man ey wo habe ich das jetzt gefunden ihr die mann so dann wird die tesi wenigstens nicht angegriffen wenn sie allein auf dem server ist von eulen das hat sie sich ja gewünscht sie wartet immer noch auf irgendetwas ich hab sie mir nicht weiß dass sie ich will und etwas und ich werde ich das ja ja ich ignoriere es gekonnt gerade nein wohin habe ich denn die rotze jetzt hin gebaut kommt da jemand dran von euch beiden auf dem kebo vielleicht auch alle die auf dem kebo und macht die wand weg lass das tees aufmachen muss lernen nein ähm 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 und ähm ich hab keinen plan ich brauche viel mehr ja ich geb's zu ich geb's zu ich bin schon wieder ich glaube das geht nicht noch mal zu gut ich geh runter okay ich geb's zu ich hab mir das jetzt nicht gemerkt warte mal so dann wollen wir mal wieder nach oben ich werde hier bald was anderes hin bauen mhm 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 und dies werden wir auch irgendwann noch verändern ja ja warte mal ich muss glaube ich wieder dahinten hin ich glaube mich zu erinnern ja ja An was erinnerst du dich denn? Wirklich. Das weiß ich, wo ich was finde, hier. Und ich hab richtig geraten. Uff, das Fressbrett. Aua. Ja, geht ja gleich sofort los, Mann. Ich baue jetzt krass Düchen. Obwohl die wahrscheinlich auch krass klein wird. Oh, scheiße. Ist die Eule leicht blutig, oder ist das einfach nur ihr Körper? Ich glaube, das ist ihr Körper. Der durchschimmert. Eule schimmert, ja? Ja. Eine schimmernde Eule? Ja. Siehste, siehste mal, was ich dir alles hole. Mit Low Level. Eine... Oh, das war doch nur ein Test. Siehste? Hätte auch sein können, dass es zu viel nicht geht. Nur ein Versuch, ne? Ich glaube, das ist noch zu wenig. Juhu. Hi. Ja. Warte mal. Ich muss gucken, was fehlt. Irgendwas fehlt. Elia, oh Elia. Ich bin leicht verwirrt. Oh. Stand das Haus da hinten schon in der letzten Folge? Vorletzten Folge? Ja, da haben wir als erstes so angefangen und so. Ja, ich weiß. Ja, dass wir da angefangen haben, aber... Ja, ja, ja. Das stand doch, als wir den Server neu gemacht haben oder neu aufgemacht haben, da stand es doch auf einmal nicht mehr da. Auf dem Community Server habe ich eine neue Installation gemacht. Hier habe ich bloß den Server ausgemacht und mich fünf Tage später ran gesetzt. Und er ist gestartet, ohne dass ich den neu installieren musste. Bei dem Community Server musste ich das machen. Das ist so ein komplizierter Scheiß, Leute. Weil er immer neu starten wollte, neu starten wollte, neu starten wollte, neu starten wollte. Er wollte ja nicht starten, die Sau. Und der, naja, den habe ich ja erst nach fünf Tagen erstmal geguckt. Beziehungsweise angemacht. Und der ist hier gestartet, also musste ich gerne eine neue Installation machen. Hm. Hm? Ständlich? Total. Aber sowas von total. Gut. Hm, hm, hm. Was ist das doch? Da waren wir unsicher. Ich hätte die 50 Ceilings machen können. Gute Nacht, Bär. Der hat sich gerade voll aufs Fressbrat gepackt. Haha. Er hat das nicht bei sich, nur seine Füße. Ich riebe mich um und boom. Der dachte sich, oh bitte keine Arbeit. Komm bloß nicht zu mir, jetzt nicht. Ah ja. Brauche ich ganz schön. Weil ich hier ausbauen kann. Und wir können die anderen auch machen. Was? Oh lalala, der wird falsch rum. Oh lalala, der wird sowas von falsch rum. Aber der passt nicht mehr hier rein, EDA. Oh, was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Weiß nicht. So, wo ist denn jetzt hier die gutste und so? Hier, hier steht sie doch. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Gut. Und ich brauche wieder Holz. Holz? Holz ist schön. Stroh brauche ich. Stroh und Holz und Stein und so. Oh, ich freue mich. Ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr. Also, kein Gras und so, sondern so Dinger, die durchbrozeln können und so. Holz könnte ich auch mitnehmen. Da pennt was. Ich weiß nicht. Oh, warte mal. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie viele jetzt hier durchlaufen. Ach. Du. Ich hatte gerade einen Hänger. Baby, oh, Baby. Oh, was ist denn? Ich glaube, 50 Stück brauchen wir davon nicht mehr. Oh, Baby. Elia. Ja, mit A. Bitte schiebt. Ich habe ganz schön viel Schrott in meinem Inventar. Oh, E.D.A. Und was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Weiß nicht. Dich ausmisten? Du mich. Ey. Meint ich doch. Ja. Ich habe ja gesagt. Dich ausmisten. Ja. Machst du mit? Ne. Ey, war voll cool. Komm mal, mach mal. Nein. Keine Lust. Das ist ja extra Arbeit für mich. Ah. Yeah, Baby. Wir sind voll krass schnell. Ich beeile mich. War ich dann noch eine Etage oder lasse ich das erstmal auf zwei? Ah, real. Das ist toll. Was ist toll? Und was war das jetzt? War das jetzt ein Ja oder Nein für eine dritte Etage? Zweite Etage. Ach, du kommunizierst mit mir? Ja, komischerweise muss ich mit dir gerade kommunizieren. Tut mir leid. Geil. Was ist denn los? Oh. Soll ich noch eine Etage bauen oder lasse ich das erstmal mit den beiden? Bauruf. Wir brauchen... Ja, okay. Das decken. Mach es voll toll. Gut, Leute, die nächsten zehn Folgen wird nur was mit Bauern zu tun haben. Und ich koche. Stell euch drauf ein. Es dauert. Ist der hier am Tag, die Sau? Nee, ist noch drin. Ich warte mal kurz. Nee, ich warte mal kurz nicht, denn es ist alles weg. Äh, so. Was hast du halt den ganzen Tag gemacht? Goodbye. Sag und leid gespielt? Was? So lange? Ja? Warum das denn? Naja, ist so, ist so. Das ist nicht langweilig. Oh nein, nein. Absurd gar nicht. Wo kam denn jetzt diese Emotionen von dir her? Ach, ich weiß nicht, du. Ich weiß nicht. Aus der Kinderkiste? Was? Das war grad voll Erwachsen, ey. Ja, total. Oh, okay. Ich fand das nicht witzig. Ich auch nicht. Doch, doch, ich fand es doch witzig. Die saufen, meine allerliebste Mitspielerin, die nicht kann. Wo ist der Kohleschrank, Mann? Sag mir jetzt, wo der Kohleschrank ist. Sonst schmeiß ich dir alles hier zu Füßen. Ey, die ist jetzt stetig müde. Ja, ja, ich sehe schon. Die rennt hin und her und weiß es selber nicht mehr. Ach, da hinten sind die Autoschränke. Ach nee, das war nicht die Reihenschranks. Oh nein, wo hab ich denn was reingepackt? Oh, das sieht aus, wie er so hoch. Soll ich nicht so schnell machen, ich kraft in den Fall, ich bin nicht so schnell. Der hat's gewohnt, ist doch genügend Platz. Es scheint so. Es hüppelt noch. Gut, ich bin unterwegs. Und mach die scheiß Beine weg. Weil die Bäume sind kackig, weil da auch keine Geschenke drunter liegen. Nur wenn ein Geschenke drunter liegt, dann ist es toll. Der ist ja voll. Du zeigst mir hier vollisch. Ich brauch Leere. Ich hab Kohle in meinen Taschen, Mann. Zeig mir den Leeren. Und warte auf mich, Mann. Ich krafte den Ball. Immer noch. Weiter. Katzen, schwarz, katzen, schwarz, katzen, schwarz. Alter, wo ist so mein Geist mit dir los? Was passiert, wenn man arbeiten war? So, und hast du nun? Oder guckst du selbst? Nein! Cool. Finde ich gut. Falsch gebaut. Sieht doch richtig nice aus. Ich bin total begeistert. Stell wieder auf Normal-Modus. Oh, scheiße. So, da hat die Kali dahinten schon was hingebaut, wo ich eigentlich eine Treppe bauen wollte. Wo hab ich was hingebaut? Gut, das heißt, es können hier keine Tiere nach oben kommen. Bist du gut? Was? Let's mal bau doch an, dass ich meine auf der anderen Seite verschwindet ja alles. Ich wollte das alles ganz anders bauen. So. Wolltest du richtig schick machen? Natürlich. Verlass gemäßig, weißt du? Natürlich. Hm? Du voll toll, Mann. Na, was ist, Tisi, hm? Hier ist langweilig. Anscheinend, Tisi, geh sammeln. Ja, geh sammeln. Hopp, hopp. Cool. Tisi, ich hab vergessen, wo der Kodeschrank war. Ich hab sechsmal Kohle, hm? Wo war der Kodeschrank doch mal? Ich glaub, der Kali geht's nicht mehr so besonders. Ich hab noch nicht mal Kaffee. Doch! Nein, aber das ist Kaffee. Aber das war... Richtig so. Boah! Richtig. Alter, wie sind's in der Aufnahme? Immer raus damit. Ich hab doch mal Kohle. Macht siebenmal Kohle! Ich glaub, da kommt die zweite Persönlichkeit von der Kali gerade. Ist die toll, hm? Hm, naja, ich bin mir noch unsicher, ob die irgendwie in irgendeiner Weise toll sein sollte. Ich find's ist doch sehr, sehr... Nervig? Erwachsend. Haha, ja, na klar. Sehr erwachsen, hm. Hm, hm. Äh, nicht? Nein. Kommt nicht? Gut? Nee, absolut gar nicht. Geh saufen! Holz, Mann! Holz wird knapp. Ich hab aber nicht in den... Ach ja, du hast irgendwo in den großen Schränkenholz. Ah, da war was. Aber ich hab grad in den Kleinkisten geguckt und da herrscht gellende Leere. Und geil. Och, und Tee saufen? Nur damit du Bescheid weißt? Oh, die Sappe Wasser getrunken. Sorry. Äh, Tiere müssten hier noch irgendwie hochkommen. Nein! Oh, mein Gott! Schlag mal! Ich weiß, was fehlt. Mehr IQ? Nein, gar nichts. Für alle? Bitte? Heile meine IQ. Ich höre. Ach, Gott. Sehen mal, Kohle, Tee saufen. Ich, Leute, ich glaub, die braucht echt ein bisschen. Kaffee. Ich weiß nicht, was mit da los ist. Hab doch schon gesagt, ich hatte heute meinen Kaffee. Elfmal Kohle. Viermal Wende. Nice. Läuft bei dir. Ja, oder? Das dachte ich mir auch gerade. Wow. Mäßig. Wow. Du, 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 du. Nein, wir bauen nicht da rüber. Wo auch immer da rüber. Wo soll ich da drüber bauen? Ach so, dahin? Könnte man ja mal schauen. Obwohl der Garten... Da hinten da aus, äh, aus diesen, aus dieser Hütte könnte man einen Turm bauen. Ja, wir bauen extra Hütte. Garten, so. Der ein bisschen weiter höher geht. Zum Aus, zum Ausgucken. Oder so. Was schießt du? Gerade Ausgucken. Die ist erst mit, hey, was benutzt du deine Fackel? Ja, da freut sie sich. Hüpf, hüpf. Ich brauche weiter. Tschüss. Elia. Nein. Okay. Es funft. Wow. Ich? Wunderschön. Sehr schön. Uh. Ich saufen. 13 mal Kohle. Hammer Teezy. Wo? Die wir auch nur ihre Ruhe haben. Ey, da kann jemand mal das Tierchen wecken. Na, geh ran und schütte es wach. Wo ist der Schüttelknopf? Einfach auf den Kopf hauen. Oh, bist du fies. Naja, es muss wach werden. Du bist so fies, ey. Oh mein Gott, warum geht's jetzt nicht? Ich eingeklickt habe. Warum? Ja, weil ich es nicht angeklickt habe. Deswegen, weißt du? Nee, Teezy hat mich gerade bedroht mit einem Schlag. Fand ich voll uncool. 15 mal Kohle in meinem Wettbewerb. So, Wende. Wo Wende? Wende hier. 20. Können wir erstmal kraften? Oh weh, oh weh. Oh le, oh le. Oh weh. Alles klar. Es war mal so einfach. Warum das nicht geht, ich habe keiner. 16 mal Kohle. Alles klar. Was? Ist das ein Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr zu bauen. Macht euren Scheiß alleine. Na, na, na. Läuft bei dir, wa? Keine Lust mehr. Tschüss. Warum, was los? Jetzt stört das Tor. Ich kann da keine Wand mehr hinsetzen. Das heißt, sie büht es auf. Ja, ja. So eine Zielink? Nein, Zielink hat funktioniert. Eine Wand funktioniert nicht. Was? Sonst ist immer Zielink, die rumstresst. Nee, die Zielink ist nett. Die will heute mal. Trotz. Da, T-Sau. Weiter raus. Halt, schick da oben. Achso. Achso. Oh, le, wer ab von irgendwas, was ich nicht weiß, was ich gemacht habe. Hä? Äh. Hä? Geh wieder zurück. Äh, Entschuldigung. Kali. Oh, kacke. Entschuldigung. Oh, kacke. Ich brauch Kaffee. Nee, ich glaub, den brauchst du eindeutig nicht. Eindeutig. Eindeutig. Ich steh. Alter. Ich wollte es machen, aber ich hab's getan. 18 Mal Kohle in meiner Mimitatis auf Filt. Äh, ich hab's nicht angeklickt. Gut, das war's mit dem Holz. Wunderschön, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine Aufnahme. Täuschen. Und sehen uns kochenderweise, wenn T-Saufe wird jetzt hier nicht sein. Der kocht. Äh, da. Nächste Folge wieder. Oh, Entschuldigung. Ich würd mich mal kurz. Naja, du hast dich, du hast schon gegeben, da brauchst du dich nicht mehr zu muten, also. Ja, der ist jetzt weg, verdammt. Gott, jetzt. Sehr und will sie, sag ich nur. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es tut mir leid. Schande über dich. Es tut mir leid, es ist eine Katastrophe, ja, es tut mir leid, ich geh jetzt in die Ecke und schäme mich. Am besten fest. Schande. Ja, ja. Schande. Hab ich schon gesagt, 20 Mal Kohle? Nee, keine Ahnung. Nee, doch. Gut, ihr Lieben. Dann, ähm, vielen Dank für's Zusehen. Na, Moment. Bis zur nächsten Folge. Ich mach was falsch. Das habt ihr nicht gesehen. Ich reiß mir den Arsch auf für nichts. Das bringt nichts für die Landwirtschaft. Das ist so scheiße. Was hat sie denn hier gemacht? Bärenmarmelade. Bärenmarmelade. Ja, und Kohle. Und köstliches Fleisch. Ich hab zwar keine Ahnung, was sie davon meint, aber anscheinend ist es eine Schande. Ihr Lieben, ich höre jetzt auf. Besser ist es. Lustig überfordert. Eindeutig überfordert. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Tschau, tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020